Hallo liebe Zuschauer, ich bin heute wieder bei den Verbraucherschützern in Hoyerswerda. Hier wird ja einmal im Monat in diesem Jahr eine neue Hülsenfrucht vorgestellt und es ist diesmal die Augenbohne. Jetzt an meiner Seite Silvia Melde dazu. Ja Augenbohne, das klingt witzig. Woher haben denn die ihren Namen? Ja, das ist ganz einfach. Und zwar haben die so einen dunklen Fleck, der aussieht wie ein Auge auf ihren Samen und dementsprechend den Namen. Man kennt sie aber auch unter Kuhbohne, Tigerbohne oder auch Schlangenbohne. Also vielfältige Namen, aber der einzige richtige ist eigentlich Augenbohne. Wie gesund sind denn die Augenbohnen? Super Eiweißlieferant, wie eigentlich alle Hülsenfrüchte, bei sehr geringem Fettgehalt. Das heißt, es ist also was für figurbewusste, für die schlanke Linie. In der vegetarischen Ernährung spielen sie dementsprechend auch eine gute Rolle und sie enthalten nennenswerte Mengen an Kalzium, Kalium und auch B-Vitamin. Für welche Rezepte kann ich die dann verwenden? Vorausstellen möchte ich hier, dass man getrocknete Ware schlecht im Supermarkt bekommt. Also entweder Spezialitätengeschäft, was hier in Heuerswader auch ein bisschen schwierig ist. Aber Onlinehandel kennt ja jeder, da bekommt man sie gut. Und wenn man sie dann hat, dann kann man sie verwenden für Bratlinge, für Aufstriche, für Eintöpfe, für Salate oder einfach nur als Beilage. Und bei Konserven, das ist besser, die kriegt man im Supermarkt hier mittlerweile schon. Und die sind ja meist küchenfertig, also einfach verwenden und losmachen. Gibt es denn irgendwelche Besonderheiten beim Einkauf, Lagerung, Zubereitung? Also beim Einkauf immer gucken auf die Verpackung, da steht ein Mindestzeitpaketsdatum, da sollten die Verbraucher schon drauf gucken. Meistens sind diese Sachen sehr lange haltbar, aber wenn sie auf sind, dann eben auch nicht mehr und dementsprechend dann im Kühlschrank lagern oder in einem gut verschließbaren Gefäß. Und die Zubereitungsempfehlungen stehen dort auch drauf, sodass man da auch mal ein Auge drauf werfen soll. Wie gesagt, Konserven sofort verwendbar, küchenfertig. Bei Getrockneten ist es günstig, man weicht sie über Nacht ein, weil sich dann die Kochzeit sehr reduziert. Kochzeit dauert aber immer noch ungefähr 40 Minuten, sollte man sich vor Augen führen. Und ja, ansonsten nicht salzen, bevor man sie kocht, sondern danach, weil die Samen werden dann hart. Oder beziehungsweise bleiben hart und werden nicht weich, so ist es richtig. Hm, gibt es denn ein leckeres Rezept, was Sie mal ganz schnell erklären können? Also ich habe heute oder habe einen griechischen Augenbohnensalat gemacht. Griechisch heißt also mit viel Minze, mit viel Käse, sowas Mediterranes. Und ja, schmeckt einfach gut. Die Kollegen oder die Verbraucher können einfach mal gucken, sich das Rezept abholen bei uns kostenfrei und sich das dann mal schmecken lassen. Na, das klingt doch super. Was ist denn als nächstes geplant an der Hülsenfrucht in diesem Jahr? Ja, also die nächste Veranstaltung ist ja Ende Juli. Ich glaube, das ist so der 27. rum. Und da ist ja die Tour de France. Und da wollen wir mal ein paar Rezepte ausprobieren hinsichtlich so Energiespender für Sportler, vor allem für Radfahrer. Was genau, das überlegen wir uns dann immer noch kurz vorher. Aber einfach mal überraschen lassen und vorbeischauen. Klingt interessant. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Bitte, gerne.